Zehn Jahre Konzeptwerk, das sind für uns zehn gute Gründe zum Feiern, zum Innehalten und auf unsere Arbeit zu schauen. Wir stärken gesellschaftlich wichtige Themen, wie zum Beispiel Sorgearbeit, Postwachstum und Klimagerechtigkeit. In unserer Arbeit haben wir festgestellt, dass für viele Menschen es leichter ist, sich den Untergang der Welt vorzustellen, als das Ende von Kapitalismus, Wachstum und Konkurrenz. Dem wollen wir etwas entgegensetzen. Wir arbeiten an Gesellschaftsentwürfen, in denen Sorgearbeit fair verteilt ist und unter guten Bedingungen stattfindet. In denen die Wirtschaft dazu da ist, ein gutes Leben für alle zu ermöglichen, ohne dabei die natürlichen Lebensgrundlagen zu zerstören. Und das alles mit einem machtkritischen Blick. Bei der Online-Konferenz Care für globale Gerechtigkeit haben wir uns über Care-Arbeit in Zeiten von Corona, Feminismus, koloniale Kontinuitäten, postmigrantische Bündnisse für eine gerechte Gesellschaft und globales Lernen ausgetauscht und vernetzt. Und das Ganze in fünf Sprachen. Hilfe uns weiterzumachen. Spende jetzt fürs Konzeptwerk oder noch besser, werde Förderin und unterstütze uns regelmäßig. Danke!